Jo, hi Leute. Ich spiele heute Hungry Shark. Spiele ich erst mal. Und wir haben schon genügend Akku, 81% und haben gerade 18,29 Uhr. Ja. Oh, Leute, wir spielen jetzt Hungry Shark. Hab seit langem keine Videos gemacht. So, aber jetzt machen wir. Hungry Shark Evolution. Ähm, ja. Hab's mal gedacht. Ich spiele das mal. Alter, warte, ein bisschen leider. Oh, nee, ich stürze jetzt nicht ab. Mein Tablet ist voll scheiße. Leute, da kann man Menschen fressen und Fische fressen und so scheiße. Und fliegende Fische auch, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall voll geil, Leute. So welche Spiele mag ich. Und wir spielen jetzt mal. Ja, das muss ich noch laden. Also, das Spiel hab ich von YouTube. Hab mal gedacht, ich läd's mir auch unter und nimm das auf. Ach, ja, Leute. So. So, da haben wir mal manche gefressen und... Ja. Yes. Alter, das ist ja goldene Fische. Und da ist noch ein Fisch da. So, auffressen hier. Hä? Ach so. So. Oh, da ist noch ein Fisch. Auffressen. Hey, du da. Hä? Alter, geil. Ach so, am zweiten Tag und so. Scheiß, okay. Oh. Hä? Ach. Ah, Leute. Ey, da waren Fische. Yes. Das ist so geil. Alter. Yay. Sind hier jemand? Oh, da ist ein... Nicht weggehen. So. Hab mal jemanden hier gefressen. So. Ja, die auch. Ja, komm. Ja, gebissen. Oh, du bist so lecker, Alter. Ja, Leute. Oh, Mann, ey. Von wo kommt denn diese Scheiße? Ach. Nichts Wichtiges. Alter. Alter. So. Ey, ich friss grad voll viele auf. Seh ich da gerade? Hallo. So. Hallo. Nicht weggehen. Ich bin der Haifisch hier. Ich will eben alle fressen. Ich will hier alle fressen. Und hier ist ein goldener Fisch. Ja. Wo ist der? Oh, der Fisch ist da. Ich will ihn fressen. Ja, ich hab ihn gefressen. Alter, das ist so geil. Yes. Leute, ich muss alle fressen, bevor ich Leben verliere. So. Ja. Ja. Alter, wie viele goldene Fische hier sind. Scheiße. Nein. Nee. Alter, ich hasse das. Ich hasse so welche Sachen. Oh, komm. Komm. Ich bitte mich mal, die zu fressen. Nein. Nicht weggehen. Ich brauche euch zum Fressen. Oh, bitte. Ja. 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 Oh, das ist ein Dings. Alter, komm, Schildgröße. Ja, danke. Du hast mein Leben gerettet. Alter. Ey. Ich hatte voll wenig Leben. Was ist das denn? Ach, da geh ich. Nein, das ist ein Stachel. Oh, Leute. Hab mich aufgepasst. Sorry. Oh, Leute. Hab mich voll erschreckt hier. So. Ey. Das ist ein Fisch. Lecker, lecker, lecker. So. Alter, Zweier-Kombo. Nein, scheiße. Und der Mann da macht grad da oben, Leute. Seht ihr bei dem Plakat da? Ähm, naja. Oh, das ist ein Mann. Komm, schnell auffressen. Yay. Alter, das ist so geil. Und wir sind grad Level 8. Das ist auf jeden Fall nice. Oh, das ist noch ein Fisch. Hallo, nicht weglaufen. So. Ey, Leute. Ich hab jetzt mal Bock, Fische zu essen. Äh. Na, ja, das ist ein riesiger Fisch. Komm her. Yes. Alter, da ist noch ein. Ja. Alter, viele riesige Fische. Ja. Alter, Leute. Hat ihr das gesehen? Wie viele riesige Fische da waren? Hey, ich könnte es nicht lesen. Na, ja, ich lese es, wenn ich mir das Video angucke. Und da ist schon einer. Hä? Hä? Alter, wie bekomm ich Leben weg? Hä? Alter, Anzeige. Alter, Junge. Ja, ja. Oh, Alter. Das ist so geil. Ich muss die Leute auffressen, Leute. Ja, das ist ein Goldener. Ja. Ja, ich hab den Goldener gefressen. Yes. Alter, das ist so geil. Leute, wenn ich kein Leben mehr hab, muss ich hier hinkommen immer. Ich kann nicht, ich kann jetzt nichts anderes, Leute. Unten sind voll wenige Fische und da hab ich schon jemanden gefressen. Das ist auf jeden Fall wieder nice. Und da ist ein Goldener Fisch. Und hier eine, und hier ein Krebs hier. So, den fressen wir jetzt auch mal. Da sind Fische. Nicht weglaufen. Nicht wegschwimmen. Scheiße. Ey, ich will ihn auffressen. Nicht weg, nicht wegschwimmen. So. Yes. Na, das schon. Größere Hype. Wer eh dicht stand da? Keine Ahnung. So, Leute. Oh, Mann. Ich mag Fische zu fressen. So. Ist hier jemand? Hallo. Ja, das ist jemand zu fressen. Yes. Alter. So, weg. Schwimmen. Oh, nein, nein. Alter, was war das denn? Schildkröte. Wo bist du? Nein. Yes. Alter, was war das denn? Wieder mal. War das eine knappe Reaktion gerade. So. Ja, A. Du siehst gleich, was A ist. Weil ich bin ein Hai. Jeder muss Angst vor mir haben. Ich bin die gefährlichste Welt der Welt. Ich bin der gefährlichste Tier der Welt. Alter. 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 Eh, unten sind voll viele Fische. Nein. Nein. Ich brauche Essen. Scheiße. Scheiße. Wo ist jemand? Okay, ich bin tot, ne? Bin ich tot? Okay, ich sterbe. Ja, ich bin tot. Oh, scheiße, Leute. Mann, ey. Oh, Leute. Das war... Ähm, ja. Scheiße. Leute, ich muss... Ihr müsst immer Fische aufressen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wisst ihr, wieso? Weil man stirbt dann. Wenn man nicht so viele Leute aufisst oder Fische... Äh, ja. Jetzt holen. Hä? Äh, das... Äh, so sind die alle Fische mit Schlüssel. Hä, warte mal. Ach so. Okay. Oh, Mann, das ist mit Diamanten, ey. Großer Wasserhai. Weißer... Oh, Haar, Leute. So ein Hai hab ich noch nie erlebt. Das ist auf jeden Fall der größte. Tigerhai. Hammerhai. Hammerhai. Oder Hammerhai. Ja, Hammerhai. Oh, Leute. Das ist der komische Masobi. Wir haben gerade mal den Riffhai. Und das Makuhai. Oh, Leute. So. Da kaufen wir mal was. So. Nochmal. Oh, Leute. Weißer Hai ist schon richtig da. Wenn wir das Ganze haben, dann ist das auf jeden Fall ganz nice. Sogar richtig nice. Joa, Leute. Joa, Leute. Ich beende den Aufnamen. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Folge 1. Hungry Shark. Morgen mache ich weitere Videos. Also die zweite Folge. Lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare. Oder gibts ein Like. Das Like würde mich nicht freuen. Ach ja, Leute. Dann. Ciao.